Das weiß ich Das wissen wir auch schon Wir wissen alles Wir haben auch alles gemacht Keck mit der Hühnerfrau geredet Alter ich bin mir nicht sicher Ich bin mir nicht sicher Alter ich bin mir nicht sicher Ich glaube das habe ich nicht Bin mir nicht hundertprozentig Schuhe Gucken wir mal Was das jetzt ist War ich da in der Nacht Ich war da in der Nacht oder in Keck Als Erwachsener Das habe ich schon lange gemacht Das habe ich schon vor Ewigkeiten Das mit der Frau in Keck Kann ja durchaus sein Weil ich glaube ich war da nachts Oh oh Ja dann Genau Hallo Jek Das geht Das kann halt echt sein Das kann halt echt sein Mach doch nicht diesen Mach doch nicht diesen Ich hoffe das Es wäre halt so geil Wenn das Wenn das da jetzt ist Mich schon drüber freuen Tatsächlich Ja wenn es nach mir geht Es geht aber nicht mehr lange Hast du auch wirklich Alle die da checkt Alter wir rennen hier doch schon so lange rum Safe Ja ja Hier habe ich Ja die Power Gloves Hat sie nicht Hat sie einfach nicht Als ob die es auch nicht ist Was war eigentlich hier das Item Habe ich mir das angeguckt Scheinbar ja Die war es einfach Aber das ist es auch nicht Krass Was soll denn noch sein Was soll denn noch sein Es kann doch nicht Es ist ja jetzt gar nicht Es ist doch gar nicht mehr möglich Ja ich weiß nicht mehr Ich kann auch nicht mehr Ich will auch nicht mehr Ich möchte nicht mehr Ich Ist doch zu schwierig Ich war bei dem ne Ich bin ziemlich sicher Dass ich bei dem war Aber irgendwie zweifle ich jetzt gerade alles an Dem war ich sowieso Äh Ja Das war das Aber Das war es halt auch nicht Das war es halt auch nicht Hm So ich brauche jetzt noch so einen schlauen Noch so einen schlauen Tipp Einen brauchen wir noch davon Bei der ist es dann Das Ich war schon zweimal bei Saria Klaus Weil ich das einmal überprüft habe Bowling habe ich gemacht Ja Romchu Bowling habe ich gemacht Ich weiß halt nichts mehr Bogen zu Pferde habe ich gemacht Jokorina im Schloss Ja aber dafür muss ich ja Dafür muss ich ja noch zwei Tempel abschließen Ich komme doch in keinen rein Das ist nicht das Problem Seidengas in der Heimatstadt Haben wir Mir muss ein Lied fehlen Geht mir ein Lied Ne Maximal früh Frühstens wieder bei 50 Könnte Könnte das was sein Also glaube ich nicht Den Shit mit dem Hund Habe ich den Hund abgegeben Leute Ich glaube ja Doch 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 Hund habe ich abgegeben Das habe ich schon schon vorgelegt Vorher gemacht Trikot mit Schuhen Und Longshot Ich glaube es gab ein Dorito für den Hund Okay Dann habe ich das ja auf jeden Fall Alle Löcher im Boden sind durch Ja Die sind durch Ich weiß es nicht Ich Gibt nichts mehr Horror Kid Lied Ich habe Sarias Lied ja nicht Hast du Boris besiegt Der MP Ja zweimal Zweimal Braucht man das? Ja Das braucht man Sonst kriegst du da nichts Achso Das meinst du Ja das mache ich immer ganz am Anfang Rico Das ist eine der ersten Aufgaben Die ich mache Weil die Ocarina hat bei mir einen festen Platz Und dann nehme ich das immer gleich mit Ja Leute Es tut mir leid Aber das ist Das ist das Ende Das ist das traurige Ende Was mache ich denn jetzt? Lade ich das trotzdem dann hoch? Die Truhe im Walddorf Wo anfängt das Schwert für das Kind Alter Prophet Wir beide brauchen nicht mehr weiterreden Alter Oh ja Stimmt Die erste Truhe Die man immer aufmacht Die habe ich nicht gemacht Warst du schon Im Midos Haus Mit den vier Kisten? Nee Die sind mir doch gleich entfallen Ähm Wir können mal was über Eine Sache können wir noch überprüfen Die würde ich gerne noch wissen Brunenbaby habe ich gemacht Aber ich will gerade gucken Was ist auf diesem Was ist auf diesem Krater Im Rauch Wo ich theoretisch Noch eine Bohne pflanzen könnte Das konnte ich nämlich Nicht gut erkennen Das weiß ich noch Dekosidbeute Stimmt Okay Dann Dann kann ich es offiziell machen Dann weiß ich es nicht Dann habe ich keine Ahnung Aber ja Du hast absolut recht Der Dekosidbeute stimmt Ja Dann weiß ich es nicht Wie gesagt Dann habe ich keine Ahnung Dann bin ich raus Du kannst in das Loch hier Nee kann ich nicht Oder welches Loch meinst du Wenn du verrohres Zeug einsetzt Hat Wovon redest du Ich habe keine Ahnung Wovon du redest Dann kannst du mit dem Shot ranziehen Hier wo die Lava ist Er ist doch gar nichts Er ist nichts Aber ich könnte in Goronia Als Kind Das anzünden Ist da nicht ein Loch mit einer Truhe Wäre das erste Mal Dass ich davon höre Also würde ich sagen nein Aber ich kann als Kind In Goronia Tatsächlich Was machen Nein Maltesi Da ist nichts Also ich bin noch nie In diesen Lava Bereich gegangen Da ist maximal eine Skulltulla Oder so Da war ich noch nie Und ich habe noch nie gesehen Wie da irgendjemand hin ist Also Da ist nichts Ich glaube du verwechselst Da gerade was Also da ist nichts Aber in der Grundstatue vielleicht In der drehenden Das habe ich nämlich gar nicht bedacht Das könnte ich als Kind ja anzünden Mit den Gegebenen technischen Möglichkeiten Die ich habe Achso ich kann da ja einfach langlaufen Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Es wird niemals enden Niemals enden Niemals enden Nie Jo Da bin ich wieder Und wir werden wieder zum Kind Denn da könnte es noch einen Check geben Wenn alles so funktioniert Wie ich es mir denke Und der Kasso Wünscht sich von ATC Around the world Viel Spaß damit Oh Jetzt ein Touch of class Ne Das wäre was Das würde alles besser machen Ne Das würde alles besser machen Das geht ja echt nochmal nach Corona Man mag es nicht glauben Vor allen Dingen Ist halt auch wieder Laufweg Alles Alles Laufweg Alles fucking Laufweg Und so Ja ihr wolltet ja noch Tainment Ne Ich hab's euch Ihr sollt Tainment kriegen Aber da halte ich die Hand auf Ne Das ist klar Das kostet Tainment gibt's hier nicht umsonst Freunde Zelda braucht seine Stepsy Verstehe ich nicht Achso So extra so lange Damit du heute Kurt noch sehen kannst Der kommt ja scheinbar nicht Trotzdem nicht Wie sind die Songs denn gerandomized Und den Songs mach ich immer nur Äh Die 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 randomizern sich nur Innerhalb der Songspots Bei mir Ja Das finde ich besser Tainment gegen Payment Ja Klingt vernünftig Boah Leute Alter Das kann doch nicht sein Kann doch einfach nicht sein Hier Dann komm halt morgen wieder Okay Dann guckst du morgen wieder Und wirst du denken Wahnsinn Morgen genauso geil Wäre noch geiler Ich weiß noch nicht Was wir morgen machen Aber wird geil Das kann ich dir sagen Nur wasser in den Beinen Umsonst Ja das nervt auch Ich sage meine Beine Werden schon wieder schlimmer Ist halt auch sechs Stunden gleich Deswegen jetzt Einfach auch mal Meinem Körper Mäßig angemessen Einfach fertig werden Fertig werden Kannst du ja gleich noch spielen Rekord Also wenn Wenn ich nicht morgen Feststelle Dass 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 das hier Mein Bein Überkrank geschadet hat Hier so lange An dem random zu hängen Dann gibt es kein Stream Ansonsten gibt es morgen Safe Stream Das werde ich halt sehen Das kann ich halt im Vorfeld Ja nicht sagen Aber An sich ist es fest geplant Ich muss heute Abend Noch ein paar saftige Schritte machen Tatsächlich Merkst du halt Es ist halt Spannst du halt schon wieder Richtig eklig an Richtig pervers So Das müsste ja jetzt gehen Also Kann ja eigentlich Nicht nicht gehen Akzeptiere nicht Dass es nicht geht Geht So So Jetzt War noch einmal 700 I I I IQ Punkte Gefordert Von mir Die habe ich geliefert Und jetzt Und jetzt hoffe ich mal Dass sich das bezahlt macht Ne So und ich schwöre euch Leute Wenn da jetzt kein Item Drin ist Dann ist es halt Schluss Dann ist es eben so Haben wir gelitten Dann haben wir halt gelitten Da Gran Ich danke dir für die 2 Euro Ja Da sehen wir Fucking Kokiri Schwert Ich glaube das nicht Das kann doch gar nicht Das ist unmöglich Unmöglich Hilft das Nein Das ist ein Loch mit 3 Laubkerlen Ja aber die sind bei mir nicht gerandomized Leute da ist nichts Wie gesagt da ist nichts Traut mir da ist nichts Ja Wie gesagt ich habe keine weiteren Dinger mehr Und mein Bein wird immer schlimmer Entsprechend ist es wie es ist Kann ich nicht ändern Ich müsste mir jetzt erstmal wieder 10 Minuten Irgendwas aus dem Arsch ziehen Um überhaupt vielleicht einen Spot mir noch zu überlegen Das macht halt keinen Sinn Das macht halt leider Leider keinen Sinn Ja keine Ahnung Falls die YouTube Leute das geguckt haben Falls ich es hochgeladen habe So kann es ausgehen So kann es ausgehen Wenn man Pech hat Vielleicht weiß in den Ne Pass mal auf Ich lasse dir Folgendes Ich lasse diesen Seed Hier Und ich lade es hoch Und wenn In den YouTube Kommentaren steht Da und da Hast du was vergessen Wollo Dann Hole ich den wieder raus Und hole das Und beende das Das ist der Deal Aber so Wüsste ich jetzt halt wirklich Wir sind leer Also So habe ich Keine Ahnung Ob da noch was Also Also nicht Nicht den geringsten Anhaltspunkt Habe ich jetzt Null Und wenn jetzt einer sagt 50 Skulls Ja gut 50 Skulls Wäre noch eine Möglichkeit Aber das mache ich nicht Das sehe ich nicht ein Wenn 50 Skulls Das einzige ist Was noch da ist Oh warte mal Habe ich den eigentlich gestoppt Habe ich ihn gestoppt Bestimmt ne Aber ich glaube Da ging was schief Und dann ist er mir Weggerollt Kann das sein Das passiert halt schon wieder Ich glaube Ich habe den noch nicht gestoppt Leute ohne Spaß Ich glaube ich habe den nicht gestoppt Das versuchen wir noch eben Ich glaube ich habe es nicht Ich bin mir nicht sicher Ich glaube das hat nicht geklappt Er ist weggerollt Und dann habe ich was anderes gemacht Gucken wir Gucken wir Gucken wir mal Na hatte ich scheinbar doch schon Hatten wir scheinbar doch schon Gut Dann gilt weiterhin Das was ich gerade gesagt habe Mit dem YouTube Ding Okay Es wird spannend ne 19 Stück Das ist groß Einfach das vierfache Bild Crazy Ähm Ja Erstmal Erstmal erwachsen werden Da sollen unsere Sachen sein Sehe ich noch nicht passieren Zwei Stück habe ich Ich meine es können ja auch nicht viele sein Weil Es gibt halt auch nicht mehr viele Ist ja sicher Sind wenn nur die zwei Alles andere ist rot Siehste Sag ich ja Aber das war ja auch klar Weil Aber das sind auch tatsächlich Dann zwei Spots Die Wo ich selber gesagt hätte Die gehen gar nicht Also auch kein Wunder Dass ich die nicht geholt habe Was wird dann Ultra nervig Den Kompass zu finden Ich weiß halt nicht wo der ist Da ist ein Problem Einer der offenen Gänge In der Mitte Was sagst du so einfach Ich würde sagen Da gibt es keine offenen Gänge Ich mach sowieso Erstmal das andere Wir hoffen dass das einfach die Lösung ist Alles klar Außenkopf Eine Woche später Da weißt du bescheiden Ich werde mal überprüfen Ob ich es einfach so machen kann Ja geht tatsächlich Und was fällt Was fällt Was fällt Da sind sie Die brauche ich Das ist das item Das ich brauche Krass Maltese Ich sag besten Dank Aber wie komme ich da jetzt hin Komme ich da überhaupt dran Ich weiß nicht ob ich da dran komme Ja mach weg Habe ich den Longshot Wo ist denn das Weiß nicht mal wo das ist Nie gemacht Ganz von oben rüber Habe ich befürchtet Geht unten nicht Wenn ich mich jetzt porte Ist es immer noch da Wahrscheinlich nicht ne Ich teste es Weiter wieder hoch zu kommen Ist ja übernervig Mega weit weg Alles ist weg Stark Na gut Guckt eh keiner Auf YouTube Aber Ja Du hast es doch eh schon gesehen Ich brauche es nicht hochladen Das ist halt so das Ding Wenn du der einzige bist Der das guckt Dann brauche ich es eigentlich nicht hochladen Weil du kannst es auch hier gucken Und auch eine Aufzeichnung Tja Deswegen nehme ich echt da runter zu springen Ja Deswegen nehme ich Okay Okay Dann ist es so Geht das wirklich nicht mit Keine Chance sagt er Man weiß es nicht Das verstehe ich tatsächlich auch nicht Das macht halt In meiner Welt Hat auch gar keinen Sinn Aber gut Wenn der Bock so groß ist Hm Okay Ich kann Ich kann Ich kann Das ist Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann So, dann hoffe ich aber auch, dass es jetzt bei den Gerudos auch einfach ist, ne? Ich werde nämlich... Plan ist jetzt natürlich, in die... in die Gerudos zu... zu gehen. Komm ich doch auch gar nicht rüber. So, wie war das? Ich komme da rüber. Also ich dann den Abgang zu weit runtergegangen bin, um dann wieder... um dann wieder hochzulaufen. Sie schon kommen. Oh, okay, danke. Danke, danke, danke. Jetzt, du bist ein Fool. Wir haben sie! Oh mein Gott, Ende. Weiter. Also vielleicht. Erstmal zu den Gerudos, gucken, ob es wirklich reicht. Kann ja auch sein, dass da jetzt kein Item ist, ne? Kann halt sein. Machst du dir nicht ausmalen. Das magst du dir nicht ausmalen, ne? Wirklich nicht. Ich gehe doch jetzt nicht... Nein, ich habe da eine Stelle mit mehreren... mehreren Spots. Oder ich gehe die eine Truhe im Wassertempel holen, in der zu 90% Wahrscheinlichkeit ein kleiner Schlüssel ist, ne? Ich sage dir, wie es ist. Ich hole nicht die Truhe im Wassertempel. Mit keinen Umständen. Braundudel, was geht? Na löhle. Das wäre halt Ultra-Lost. Spirit. Ja, Spirit gehe ich auch erstmal nicht. Ich gehe erstmal direkt Gerudo Training Grounds. Da habe ich nämlich all das, was ich mit den Handschuhen... Äh, da kann ich vier Spots eben holen. Ja, ist das Dream vom neuen Laptop. Jetzt mal Glückwunsch zum neuen Laptop. Und vor allem, ich glaube, ich habe in Gerudo Training Grounds alle Schlüssel. Mit anderen Worten, da müssen Sachen drin sein. Und jetzt gehst du ins Bett und guckst dir das nicht zu Ende an. Verarschst du mich? Das kann doch nicht sein. Du musst doch jetzt sehen, wie ich das letzte Ding hole. Dafür war doch die ganze Arbeit. Ja, oder? Das ist doch zu wild. Das dauert ja jetzt auch nicht mehr lange. Wie gesagt, ich denke, das haben wir sofort. Ich gehe, das ist doch zu Ende. Und dann habe ich mich nochmals ein paar Sachen ruhe. Das sind doch nicht schon hoλλ. Ich gehe, das ist doch nicht, dass ich mich noch nicht zu Ende. Und dann habe ich mich noch nicht mehr die sind also nicht zu Ende. Der wird nur eine kleine Sache. Und dann habe ich mich noch nicht erinnert. Das ist doch sehr, der Stad. Das ist doch sehr, der Stad. Und so ist ja, das sieht doch aus. Also, ich denke, Oh, da ist das offen hier. Es scheint offen zu sein, ne? Irgendwie passiert hier nix. Das ist nämlich auch so der nervigste Raum, den man sich vorstellen kann. So. Ich denke, hier wird jetzt das Spiel durchgespielt. Komm, ich leg's drauf an. Mach auf, das Ding. Kann ich mir das schon ersparen, ne? Doppelte Energie. Denkst du, ich muss in den Spirit-Tempel? Ich hoffe nicht. Mann! So, ich hab halt gar keinen Bock mehr, Leute. Ich hab gar keinen Bock mehr jetzt nach Donkey Kong. So was von keinem Bock mehr. Ich will, dass das jetzt endet. Ich finde, es ist Feierabend-Zeichen. Halt! Hm, wir haben gerade Donkey Kong 64 durchgespielt. Ich hätte hier es jetzt nur noch eben den Rest machen. Ich will nicht in Spirit. Oh, man, Mann. Oh, ne Option, ne? Ehre! Ehre! Gott im Himmel! Ich wusste es. Ich wusste, dass es nicht mehr lange geht. Ich hab's euch gesagt. Es geht nicht mehr lange und es ging nicht mehr lange. Siehst du, Matthias? Das konnte man doch aussitzen, oder? Okay. Dann haben wir das auch, ne? Dann ist das YouTube-Ding auch vollständig. Das Let's Play kann abgeschlossen werden. Ehrlich? Aber ich bin jetzt ausgelaugt tatsächlich von Donkey Kong. Gut. Leute, das war's dann aber auch, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich danke für den Support, fürs dabei gewesen sein. Und halt bis morgen, ne? Macht es gut. Bis dann. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.